Die Nachricht kam unerwartet und traf die Familie Drews wie ein Blitzschlag. Jürgen Drewes, der König des deutschen Schlagers, dessen Karriere Generationen von Fans mit Freude und Lebensfreude erfüllt hat, steht nun vor einer düsteren Diagnose, die alles verändert. Vor wenigen Minuten bestätigte seine Tochter, Juelina Drewes, was viele schon seit einiger Zeit befürchtet hatten, ihr Vater ist schwer erkrankt, und sie muss sich langsam von ihm verabschieden. Die Öffentlichkeit hatte in den letzten Monaten bemerkt, dass etwas nicht stimmte. Jürgen Drewes war bei vielen Veranstaltungen nicht mehr in der gewohnt strahlenden Form. Seine Auftritte wirkten kürzer, er zog sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück, und sein karmantes Lächeln, das ihn jahrzehntelang zum Liebling der Nation machte, schien an Glanz verloren zu haben. Viele dachten zunächst, es handel sich um die natürliche Folge des Alters, doch nun wurde klar, dass der Grund weitaus ernster ist. Heute Morgen veröffentlichte Juelina Drewes eine emotionale Botschaft auf ihren sozialen Medien, in der sie die Welt darüber informierte, was wirklich hinter dem Rückzug ihres Vaters steckt. Mit Tränen in den Augen und zitternder Stimme erklärte sie, es tut mir so weh, dies sagen zu müssen, aber mein Vater ist ernsthaft krank. Wir hatten gehofft, dass er sich erholen würde, aber die letzten Wochen haben uns gezeigt, dass es schlimmer geworden ist. Wir müssen uns der harten Realität stellen. Diese Worte hinterließen tiefe Spuren bei all denen, die Jürgen Drewes seit Jahrzehnten verehren. Der Mann, der als König von Mallorca bekannt war, der unzählige Hitz wie ein Bett im Korn fällt und barfuß durch den Sommer in die deutschen Cards brachte, befindet sich nun in einer Lebensphase, die von Schmerz und Abschied geprägt ist. Sein Gesundheitszustand, der lange geheim gehalten wurde, ist nun in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Doch was genau ist die tragische Diagnose, die Juelina mitgeteilt hat? Lange Zeit gab es Spekulationen darüber, was Jürgen Drewes plagt. War es eine Alterserscheinung, ein körperlicher Verfall oder gar eine heimtückische Krankheit, die leise, aber unerbittlich sein Leben veränderte? Die Antwort kam unerwartet. Es handelt sich um eine neurodegenerative Erkrankung, eine, die das Nervensystem langsam zerstört und keine Aussicht auf Heilung bietet. Juelina beschrieb in ihrer Botschaft, wie die Familie die letzten Monate in ständiger Angst und Unsicherheit lebte. Es war so schwer, ihn leiden zu sehen, sagte sie. Mein Vater ist immer ein Kämpfer gewesen, aber jetzt kämpfen wir als Familie gegen etwas, das wir nicht kontrollieren können. Es gibt Tage, an denen er kaum aus dem Bett kommt, und es bricht mir das Herz zu wissen, dass er nie wieder der alte Jürgen sein wird. Diese Worte gingen unter die Haut und berührten die Menschen zutiefst. Der schillernde Star, der jahrzehntelang die Schlagerwelt beherrschte, war nun ein Schatten seiner selbst. Doch anstatt sich von der Krankheit vollständig niederdrücken zu lassen, zeigt die Familie Drews einen bemerkenswerten Zusammenhalt. Wir sind dankbar für jeden Moment, den wir noch mit ihm haben, erklärte Juelina weiter. Er ist unser Fels, unser Held, und wir werden ihm all die Liebe und Unterstützung geben, die er braucht. Die Reaktionen auf diese Enthüllung waren überwältigend. Fans aus aller Welt schickten Nachrichten der Unterstützung und des Mitgefühls. Viele äußerten ihre tiefe Trauer darüber, dass ein solch lebensfroher und positiver Mensch nun in einer so schwierigen Lage steckt. Jürgen hat unser Leben so viele Jahre lang bereichert, schrieb ein Firma auf Facebook. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir ihm etwas zurückgeben. Unsere Gedanken sind bei ihm und seiner Familie. Doch es gibt auch jene, die die Frage stellen, warum diese Nachricht erst jetzt veröffentlicht wurde. War es richtig, den Gesundheitszustand so lange geheim zu halten? Hätte die Familie Drews nicht früher und Unterstützung bitten sollen? Juelina erklärte dazu, es war eine sehr persönliche Entscheidung. Mein Vater wollte nie Mitleid oder Aufmerksamkeit wegen seiner Krankheit. Er wollte stark bleiben und sein Leben so normal wie möglich führen. Wir haben diese Entscheidung respektiert, aber jetzt ist der Moment gekommen, offen zu sein. Diese Offenheit hat die Menschen tief bewegt. Jürgen Drews, der immer für ein Lächeln und einen unbeschwerten Moment stand, muss sich nun mit einer Realität auseinandersetzen, die nicht mehr von Musik und Applaus bestimmt wird, sondern von Ärzten, Therapien und dem Kampf gegen die eigenen körperlichen Grenzen. Seine Tochter drückte in ihrer Botschaft auch die Hoffnung aus, dass die kommenden Wochen und Monate vielleicht etwas Besserung bringen könnten, doch die Aussichten seien unsicher. Es ist schwer zu sagen, was die Zukunft bringt, sagte sie, aber wir werden ihn nicht aufgeben. Mein Vater hat uns gelehrt, dass man nie die Hoffnung verlieren darf, und wir halten an dieser Hoffnung fest. Jeden Tag. Es ist dieser unerschütterliche Glaube an das Gute, der die Familie Drews durch diese schwierige Zeit trägt. Und es ist die Liebe zu Jürgen, die in jedem Wort von Jolina mitschwingt. Sie erzählte auch von den schönen Erinnerungen, die sie mit ihrem Vater teilen durfte von den Sommern auf Mallorca, von den Konzerten, bei denen er die Menge zum Toben brachte, und von den stillen Momenten, in denen er einfach nur Vater war, und nicht der große Schlagerstar. Die Welt mag Jürgen Drews als den König von Mallorca, kennen, doch für Juelina und den Rest seiner Familie ist er einfach nur der Mensch, den sie lieben, und den sie nun auf seinem schwersten Weg begleiten müssen. Es ist ein langsamer Abschied, gestand sie mit tränenerstickter Stimme. Aber wir werden bei ihm sein, bis zum letzten Moment. Und wir wissen, dass er uns in seinen letzten Tagen noch einmal zeigen wird, wie stark er wirklich ist. Am Ende ihrer Botschaft richtete Juelina Drews noch ein letztes Mal das Wort an die Fans ihres Vaters, Ich weiß, dass es euch allen genauso schwerfällt wie uns. Aber wir bitten euch, weiterhin an ihn zu glauben, um ihn mit eurer Liebe zu unterstützen. Wir danken euch von Herzen für all die Jahre, in denen ihr ihn auf seiner Reise begleitet habt. Es sind Worte, die eine tiefe Verbundenheit zwischen einem Künstler und seinen Anhängern ausdrücken. Jürgen Drews mag vielleicht nicht mehr in der Lage sein, auf die Bühne zurückzukehren, aber seine Musik und sein Vermächtnis werden für immer in den Herzen der Menschen weiterleben. Und während seine Tochter langsam Abschied von ihrem Vater nimmt, bleibt die Welt in stillem Respekt zurück in der Hoffnung, dass Jürgen Drews auch diese letzte Reise mit der Würde und dem Lächeln antreten wird, die ihn all die Jahre ausgezeichnet haben.